Hallo und herzlich willkommen hier im Landeanflug auf Mumbani. Eine neue Runde Ranked Match in Overwatch. Wieder mit dabei der Mene und der Brillibi. Hallo zusammen. Hallo. Und der Brilli hat gerade eben gesagt, weil er jetzt mittlerweile schon Level 7000 ist, dass er uns, also Mene und mich, einfach mal berät bei der Team, bei der wir der Charakterwahl, mit welchen wir hier sehr gut ins Team passen würden. Also, ich lausche auf Empfang, mein Lieber. Ja, hätte der Mene jetzt schon mal die Mane schnell gepickt, dann wäre die nicht weg gewesen. Jetzt ist die natürlich weg. Ja, weil ich gewartet habe, was du vorschlägst. Also, wir brauchen auf jeden Fall einen Reinhardt hier. Reinhardt kann ich nicht. Ich probier's. Dann brauchen wir jetzt noch, was haben wir denn jetzt noch, ja. Kannst du einen Zenietta? Oder Lucio? Nee. Zenietta ist doch ganz cool eigentlich, glaube ich. Der ist nicht so schwierig, aber Lucio auch nicht eigentlich. Wer ist denn Zenietta? Wer war ein Zenietta? Das ist so ein Heiler mit so Murmeln. Kann ich mal probieren, hab ich noch nie gespielt. Der macht aber auch gut Damage, also. Du kannst aber halt auch einfach, theoretisch haben wir ja einen, ich brauche auch nicht unbedingt, du kannst doch irgendeinen spielen, den du kannst, kannst du auch Soldier nehmen. Kannst du jetzt vergessen, Alter. Ich habe schon diesen komischen Hampelmann hier genommen. Diesen Schwebeheinrich. Der ist gut. Der macht, glaube ich, Spaß. Was macht denn der? Was kann denn der? Der kann heilen und Schaden machen. Und wenn du die Taste gedrückt hältst, dann lädt er den Ansicht irgendwie auf. Also wenn du Gegner siehst, mach immer diesen Fluch auf dir, dann kriegen die viel mehr Damage. Was für ein Fluch. Ich habe hier links also L und E. Ich glaube, das ist E, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, ich weiß das auch nicht. Ich habe den noch nicht spielen. Da wo bloß Minus steht. Das kannst du auch Verbündete machen und auf Gegner. Ein Stück zurück, Mene, zurück. Bleib beim Punkt. Oh, you speak English. Stay at point. Motherfucker. Wir können jetzt auch von hinten und von unten kommen. Also immer drauf fahren. Da kommen wir schon. Hinterher. Oh, aber ich muss schon mal einen Kill gemacht, wa? Deren Zen-Jeter hat mich zum Beispiel gerade gekillt. Okay. Why? Fuck! Are you dead, motherfucker? Ich sage, mein Turm noch lebt. Oder nicht? Hast du ihn jetzt schon gelernt? Kannst du ihn perfekt? Ja, ich bin immer mit dem. Geil. Ich weiß. Zen-Jeter braucht man immer. Ach ja, aber das Ulti immer machen, wenn jetzt zum Beispiel ein Gegner ein krasses Ulti zündet, wo wir auf jeden Fall wahrscheinlich sterben würden, dann zünde dein Ulti, weil das macht quasi unbesiegbar. Alle, die in deiner Reise sind. Bankred von oben. Was ist mal richtig geil? Wäre so ein bisschen Heilung. Du bist da. Wäre halt nur die Anna, ne? Ich kapiere das ja nicht so ernst. Aber gut. Killed die, killed die Mercy. Die Mercy, ja. So, jetzt habe ich ein Ulti bereit. Keine Ahnung, was ich mit dem Ding machen kann, aber gut. Das macht dich, wie gesagt, einfach schnell, ganz ziemlich schnell bewegen. Ach, wo er so anfängt zu leuchten, der Heini da, wa? Ja, genau. Und alle in deinem Umkreis, weiß ich nicht, von ein paar Metern, Vorsicht, ich glaube, irgendein Drankwett. Ach, Ficker. Was hat er mich in euer... Goldfuchs. Jedenfalls healst du da alles. Ziemlich schnell und stark, so dass man eigentlich, kann man sagen, unbesiegbar ist. Wohin, komm sie. Goldfuchs klingt wie eine Rasierseife. Widrigkeiten geben uns Anstrengung. Unsere Gegner halten sich für unbesiegbar. Wir dürfen keine Schwäche zeigen. Der Reinhardt. Spürt die heilende Ruhe. Jetzt hättest du es zum Beispiel, also nicht unbedingt machen. Aber, ach, scheiße, Reinhardt, Arschwache. Ja, aber geschah, hat es auch nichts. Oh, da kommt die Heine. Die Brüte sind ja in dem Moment, wo es dessen Seelen sein wird. Oh, fuck. Ich glaube, ich habe leider keine Ahnung, warum, aber ein bisschen laut ist das Spiel und im Vergleich zum Beispiel. Noch 60 Sekunden hier beim Punktlaffen. Ja, Mann, ich bin ja schon auf dem Weg. Scheiße, tot. Das ist doch schon nicht schlecht, wir haben auf jeden Fall schon gut durchgehalten. hat er ihn erwischt, oder was? Kommt, glaube ich, jeder von hinten? Nee, nee. Negativ, Monsignore, negativ. Oh, hier. Hier ist eine Dings, hier ist eine Dings. Von hinten. Oh, Mann, was war das denn, das war doch scheiße. Wir haben doch gewonnen. Haben wir gewonnen? Ja, natürlich, die haben den Punkt nicht bekommen. Besser kann es nicht laufen. 0 zu 0, naja, okay. Ja, was? Wir müssen jetzt halt den Punkt einnehmen, sonst ist es 0. Ja, doch, Mann, ist doch okay. Okay, den nehme ich nochmal, mit dem muss ich mich jetzt mal ein bisschen beschäftigen. Der spielt sich ja doch deutlich besser, als ich gedacht habe. Oder soll ich, schlägt Großmeister Brilly Zen ein? Ja, wir haben halt jetzt, dadurch, dass Mäne die Mä nimmt, ziemlich wenig Damage, aber es sollte klappen eigentlich. Kein Problem. Damage ist kein Problem. Wir haben ja zwei Tanks. WP? WP? Mai ist übrigens kein Tank. Nee, die ist ein defensiver Held. Ja. Held nur nochmal. Die macht gut Damage, mit einem Rechtsklick. Ja, das stimmt. Wenn man den Kopf trifft, auf jeden Fall. Ja, gut. Woanders zieh ich ja nicht hin. Oh, jetzt eher. Mr. Aim. Ich habe gesagt, ziele ich. Ich habe nicht gesagt, treffe ich. Du hast das nur an uns geschickt. Okay. Get the point. Ach, wie wir alle Englisch sprechen hier. Ist das geil. Wahrscheinlich sind die anderen auch alles Deutsche. Wahrscheinlich. Ja. Komm, Effing kriegt eine Banane. Warum labert er mich hier nach? We go left first. Go around left. Spaß. Er hat auch mal eine Falle hier hingelegt, der Junkrat. Pass auf, Tybe. Ja, 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 ja. Können doch einfach die andere Tür, wo ich stehe, benutzen. Ja, 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 ja. 5, 4, 3, 2, 1, Angriff beginnt. Nehmen Sie sich hier und ein. Okay. Zusammen bleiben. Und dann hier links, links hoch. Vorsicht, da ist einer. Ja, komm, einfach links. Ne, hier nicht hoch. Hier, hier runter. Hier hin. Aber Mann, hier war ein Junkrat, ey. Guck, wie da keine Sau, was da um einen rum passiert. Ja, doch. Aber dann geht doch einfach weiter. Ich meine, der kann euch doch nicht einfach killen. Ja, aber es geht doch aber auch ein bisschen darum, Feinde zu eliminieren, oder? Und nicht nur einfach vorwärts zu gehen. Wenn da einer ist, der sich mir anbietet, dann knick knack, oder? Sehe ich das falsch? Ne. Also nicht einfach so downkriegst, dann geh einfach weiter erst mal. Heilung, Aki. Wo ist der Rainer? Ja. Scheiße, ist alles voll mit Kacke. Ja. Der Freitag hat einen Telefoner. Hilti, 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 Hilti. Reinhard von hinten. Ja. So, down. Down, wir müssen nur den Punkt einnehmen. Bleib am Punkt. Ja. Sauber. Okay, das sieht cool aus. Holla, die Walle. Hast du eine Ulti-Zwebel? Ja. Falls die jetzt kommen, mach es einfach an. Ja. Sauber. Nice. Das war doch richtig guter Run, ey. Alte Schwede. Krasser Scheiß. Können wir euch später bedanken. Oh. Ja. Wegen des Spaß. Sie. Tu-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du. Du hättest den, äh, in dem Moment, wo jetzt gerade das Highlight war, du hättest den, den, die Fahrer schneller töten müssen, dann hätt ich auch überlebt. 33% des Teamschadens, möchte ich mal sagen. Ja, und trotzdem, aber Mena hat recht. Hättest du die Fahrer erst auf den Himmel geholt, dann hätte er ja auch überlebt. Ich wollte aber nicht, dass er überlebt. Ja, gut. Ist natürlich auch den Tank sterben. Wie war das? Blut ist dicker als sonst was, aber zählt nicht bei Overwatch, ne? Ja, wir sind nicht Blutsfahrern. Ne. Na und? Meinst du, ich komm aus dem Osten? Meinst du, ich bin so eine Thüringer Burscht? Nein, nie. So ein Löffelschnitze. Jetzt geht's aber los. Ich bin ein Rheinländer, Alter. That's the point. Aber Mene, was ist das denn, was du da für einen Schnack in seiner Zunge hast? Was ist das denn? Boah. Idiotisch. Ne, ne. Was ist das? Das ist doch kein Rheinländer, oder? Was ist das? Doch, ne. Was hast du da so? Der Mena hat doch ganz normal. Ne, ne. Was heißt ganz normal? Das ist halt ein bisschen Ostdeutsch, wenn man genau hinlagt. Ja, ja, genau. Also so ein bisschen thüringischen Dialekt hab ich. Das hört man schon. Also ich hab, bei mir gibt's zum Beispiel kein S, C, H oder C, H. Das ist alles S, H. Psch, psch, psch. Oder? Machen wir jetzt die Aufnahme zu Ende, oder machen wir noch ein Game? Ja, wir sind jetzt bei elf Minuten. Ne, es waren ja zwei, ja, aber es waren eigentlich zwei Runden, aber gut, wir können auch noch eins machen. Ist egal, wir können auch so eine Kinderfolge machen mit elf Minuten, mir ist das egal. Ja, gibt mehr Klicks. Okay. Also dann, liebe Freunde, wir machen jetzt immer nur High Five elf Minuten lang und dann, ne, also haut rein, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder und wehe, wenn wir nicht 12.000 Likes bekommen. Cliffhanger machen und die Folgen immer einfach noch schneiden. Ja, genau, wir machen, wir nehmen eine Stunde am Stück auf und machen immer dann bei dem, dann, wenn wir gerade den Ulti loslassen, dann machen wir einen Cut. Genau. Gut, gute Idee. Ich würde aber einfach sagen, ich würde sagen, wenn wir nicht mindestens 12.000 Likes auf die Folge kriegen, dann machen wir einfach nicht weiter. Ja, richtig, dann gibt's uns alle nicht mehr. Dann machen wir einfach die Kanäle zu. Mobilt, mobilt. Und dann könnt ihr nämlich, dann könnt ihr nämlich gucken, wo ihr guckt, nicht mehr nämlich bei uns. Und dann geht nämlich ein Stück weit, Fernsehkultur von Lohan. Fernseh vor allen Dingen, ja. Ihr könnt ja gerne auch, ihr könnt gerne zu so einem Live-Kanal gehen, wie Spieleblut, die jeden Tag neue Videos rausbringen, aber seit sechs Tagen nichts abgelohtet haben. Und bitte, bitte kauft den unbedingt das CD-Regal. Der weiß nämlich nicht, wohin mit seinen ganzen CDs. Die kauft er sich ja auch nur, weil jetzt, ähm, ja, keine Bereicherung an eigenen, sehr mitteln. Aber wir machen, machen wir jetzt ein neues Spiel oder nicht? Ja, ja, es läuft schon. Ist das schon dran, Alter? Oh, Lola, warst du mal eine Scheiße, ey. So, gibst du mal einen Tipp? Du wolltest, du hast dich jetzt verdingt hier als Tippgeber. Ja, im Moment. Ich muss ja erstmal die anderen recht drücken. Ich nehme nicht hier, äh, die Powerlespe. Ja, sag uns mal lieber, was wir nehmen sollen, anstatt den... Mei ist schon okay. Äh, Zwiebel, kannst, kannst gerne einen Healer nehmen, kannst Damage erstmal gehen. Mir egal. Das ist gerade eigentlich hier relativ egal, weil wir haben, wir haben Bastion und... Oh mein Gott, no Roadhog. Die haben wir nicht Ahnung, ey. Das sind so, weißt du... Also hier braucht man eigentlich relativ viel Damage am Anfang, um die da drin zu behalten. Ja, mei, dann mache ich heute den, die zieht es mir jetzt auch wurscht. Was ist Blödsinn. Was Mähne gerade meinte. Ja, findest du? Ja. Hier ist es am einfachsten, um die Ecke zu kommen und beziehungsweise den Punkt A zu erreichen. Du musst einfach nur versuchen, sie so lange aufzuhalten, aber nicht da drin zu halten, sondern wir brauchen... Eigentlich bräuchten wir noch einen Tank, wir haben nur einen. Verstehe ich nicht. Mann, Alter, trainier dir mal deine Rechtschreibung, Alter, du bist total scheiße. Oh, ich die kleine Sau hasse, ne? Alter, wieso sind eigentlich alle hier drin? Was wollen die? Alter, wer ist das denn? Ach, ein gegnerischer Soldier? Was für ein Arschloch habe ich auch nicht mitbekommen. Oh, damn it. Oh, nein. Ich musste nachladen, jetzt hat mich eine Möse... Oh, Mann, ey, was ist das für ein Fuck? Wie oft hat der das denn ready, ey? Wir spielen ja ranked, deswegen ist er so im Rage. Stimmt ja. Oh, da wird die Bierflasche sehr einagisch hingestellt. Boah, da kam der Affe gesprungen. Das ist halt auf dieser Map nicht schaffbar mit einem Bastion und einem Scheiß Torbjörn, ey. Das ist einfach komplett bescheuert. Es gibt so viele Helden und Spots, die die einfach töten können. I'm happy with my choice, you Noob. Ach, Brilli, leg dich doch nicht mit solchen Spasten an. Und, wetten, er macht es? ein Fick, da geht nicht. Also Leute, wenn ihr nicht befanden habt, ihr in Overwatch seid, ja, ein bisschen was lernen wollt. Nehmt, auf die Reiter, wenn ihr Verteidiger seid, niemals Bastion oder Torbjörn. Ich meine es. Ja, du wirklich meine es. Du wirklich meine es. Da rollt das aus dem Bild. What? Zack. Man muss Rotorb können. Ah, dann ist man eben. Guck mal, wie der Tor jetzt geht, der ist. Aber ein Sekund ist der tot in dieser Tower. Ach, Alter. Torbjörn an sich ist jetzt direkt tot. Schießen sie mir in den Rücken, ja? Schweine. So, jetzt der Tower tot. Zack. Good Job. Die war nicht so gut, die Ulti. Ja, irgendwie ist das hier allgemein gerade nicht so geil. Warum? Eigentlich gerade ziemlich am rocken. von der einen Seite. Scheiße. Nee, ne? Boah! Wie geil ich aber bin! Keiner weg! Ich hoffe, ich habe ein bisschen dabei! La, la, la. Ich will mich ja nicht selber loben, aber ich kann einfach wieder abmachen. Oh nein, betäubt, betäubt! Ach, komm Junge, das war scheiße, da bin ich richtig in seinen... Stört der nicht, was geht leid? Mist, 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 Verdammt! Hat er dich auch gekillt, Brilli? Naja, aber ihr seid alle tot, ich belebe noch. Ja, und dann werde ich wiederbelebt, genau in den fünf Leuten drin. Jetzt renn da nicht alleine rein, wer ist da? Der geht gerade nach vorne, geht zurück. Alter, was ist das denn? Bin ich jetzt hinter den? Ich dachte, ihr seid vorne. wieder wegkommen. Und dann hab ich's better used. Ohhhh 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 Gah Du sagst es. Wir haben gerade diesen Mittelteil, den wir jetzt hinter uns haben, ist das so dumm, Bastion und Torfjörn. Jawoll! Bitch, please! Ich hab dich irgendwie gesehen. Jetzt sind sie alle eingefroren, Leute. Nein, Alter, jetzt macht mich dieser verkackte Soldier-Sack. Kommt doch ein Stück zurück. Einfach hier oben abdrehen. Ah, Mist, ey. Ich war so kacke. Ich war so fokussiert auf die anderen. Ah, er hat das gut hier angemacht. Ach, Alter, was ist los mit dir, Junge? Keine Chance. Da merke ich nicht. Da merke ich nicht. Da merke ich nicht. Da merke ich nicht. Punkt der Start ist 0. 3 zu 0. Ei, 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 ei. Machen Sie sich bereit zum Andriff. Gut, also geh mal raus hier, Level vorbei. Hä? Nein, nicht Level vorbei, es gibt ne Rückrunde, du doof. Stimmt, aber wir sind schon bei 21 Minuten, ist mir egal. Alter, machen wir jetzt von wegen 11 Minuten, machen wir jetzt 33 Minuten. Mene, willst du Soldier nehmen? Dann nehme ich mal wieder hier diesen Zenyatta. Ach, Alter, ich probier's mal. Wie du möchtest. Ich kann auch nur anderen Helden nehmen. Nein, 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 nimm mal ruhig. Okay. Bei Muted Oil schreibt er jetzt schon zum zweiten Mal. Muted Oil. Woher weiß er dann, dass wir hier schreiben, Alter? Haben wir nen... Haben wir überhaupt... Jetzt haben wir nur Roadhog als Tank. Ach, das ist doch... Roadhog. In 30 Sekunden. Wurde ich eigentlich jetzt breakern so wenig dieser komische Typ spiele, oder muss ich da anders reden? Du musst so reden, wie du gerade geredet hast, ja. War das jetzt rassistisch eigentlich? Nee, oder? Gar nicht. Zum Glück nicht. Ach, gut. Haarscharf würde ich sagen. Haarscharf. Vier, drei, zwei, eins. Angriff beginnt. Eskortieren Sie die Wacht zu Ihrem Ziel. Alter! Alter, wo ist hier eigentlich irgendjemand irgendwie? Was denn? Wo sind denn alle? Alter, hier ist zu Fracht. Achtung, die sind links um die Ecke. Da ist. Und über euch, hinter euch. Ich glaube, hier ist ein Roadhog von links. Oder von oben. Alter, was ist los, jetzt spiele ich aber gerade auch Kacke, ey. Hier. Natürlich muss ich da wieder nachladen. Bleib bei mir. Ja, Mann! Ich werd die ganze Zeit weggeschossen. Alter, ich heil dich die ganze Zeit, du Vollidiot. Ja, ich hab's gemerkt. Dankeschön. Boah, ey. Ohhhh Cacke, Mann! Wie ist das eigentlich auch hin? Nein, ich kenne mich mal näher. Nein, ich kenne mich mal näher. Mann, warum hat er das genommen? Ach, fick dich doch ins Knie, Juni. Wiederholung führt zur Vollendung, bitte. Ach du Scheiße, wir sind ja alle am Leben, ich habe da jetzt rein und mein Team haut da richtig. Ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe, wir sind links in der Tür drin. Ach, kacke, habe ich mitten in den Hammer geküsst von diesem blöden Reinhardt. Hammer 0, äh, Hammer 1 Gesicht 0, so rum. Zwiebel, ich bin direkt hinter dir. Geile Scheiße, Juni. Noch 10 Sekunden. Fall 3-0. Tja. Ha, na dann. Sag mal Tschüssi Tschüss. Jetzt los, Zwiebel, Peter. Aber es ist hart. Nicht mal mit Ulti. Sag mal, Zwiebel, kriegst du nicht mit, dass das bei dem getötet wurde? Nein. Das habe ich wirklich nicht mitbekommen, das meinte ich ja vorhin auch im Video, das habe ich nicht mitbekommen. Ah, krass. Ich habe es nicht mitbekommen. Hast du es etwa nicht mitbekommen? Ich habe es nicht mitbekommen, genau. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir hier mal Schicht im Schacht. Das tun wir. So ist es. Ne, bei 28 Minuten können wir mal sagen, fire and forget. Und von daher, ähm, bis zum nächsten Mal, während sich der Niesiger noch die Finger wundtippt und diesen Chica Bleat da irgendwie noch ordentlich belegt. Okay. Geil. Alter, der checkt nicht mal, dass die bekackten Eliminierungen addiert werden. Wie schlecht ist dieser Mensch? Alter, ich rede mich hier überhaupt nicht auf, liebe Freunde. Sag lieber Tschüss. Ich sage Tschüss. Ich sage auch Tschüss. Ciao. Haut rein. Bye, bye.